Pagan Min ist der Sohn eines Drogenbosses und der selbsternannte König über der Region Kyrath. Er investiert das Familienvermögen in eine Privatarmee, um seine Macht in der kriminellen Unterwelt zu vergrößern. Diese sehr detaillierte Statue zeigt den König von Kyrath lässig an einer Mauer lehnt, welche mit einem Tigergraffiti verziert ist. Mit seiner Pistole in der Hand und seinem Gewehr an seiner Seite ist er jederzeit bereit, seine Herrschaft über die unterdrückten Einwohner Kyrath zu demonstrieren. Die Größe der Statue 23,5 x 15,5 x 14 cm. Sie besteht aus PVC und ist ein offizieller Far Cry 4 Fanartikel.